Hallo und herzlich willkommen aus, ja das kann ich im Moment nicht sagen, das sage ich ja sonst immer zur Begrüßung. Jetzt heißt es hallo, herzlich willkommen von zu Hause aus. Das Virus hat uns ja alle voll im Griff und wir müssen das aussetzen und wir bleiben zu Hause und wir halten Abstand, wenn wir dann raus müssen. Und ja, der Frühling der kommt und das heißt auch wir können bald wieder für Sie unterwegs sein und von den schönsten Events aus dem ganzen Sendegebiet berichten. Aber wie heißt es so schön, stay at home. In dem Sinne, haltet zusammen, haltet durch, bleibt zu Hause, wir sehen uns bestimmt bald schon wieder. Liebe Zuschauer von RegioTV und NordwestTV, genau wie ich sitzen Sie wahrscheinlich jetzt zu Hause in Ihrem Häuschen oder auch in Ihrem Garten auf der Terrasse, wahlweise auf dem Balkon, wo auch immer und machen genau das, was hoffentlich die Mehrzahl aller Deutschen jetzt machen, nämlich zu Hause bleiben. Ja, wir von RegioTV und NordwestTV müssen auch zu Hause bleiben. Ja, das ist auf der einen Seite nervig, auf der anderen Seite nutzen wir das auch als kreative Pause für Sie. Wir entwickeln halt auch neue Formate. Es gibt Neuigkeiten von RegioTV und NordwestTV demnächst für Sie hier auf dem Sender zu sehen. Wie gesagt, zurzeit etwas eingeschränkt, wegen der aktuellen Situation rund um das Virus. Aber sobald das Virus dann hoffentlich irgendwann auch für immer wieder weg ist, starten wir auch wieder voll durch. Genau wie Sie zu Hause. Also lassen Sie die Problematik nicht so nah an sich ran. Meiden Sie die Kontakte, so wie es die Politik will. Und hoffentlich kommen wir da alle gesund durch. Keep Stay Home heißt es, glaube ich. Oder Stay Home. Ja, aber bleiben Sie einfach zu Hause. Ich habe vorhin noch gelernt, wie das auf Ukrainisch heißt. Das heißt wie? Aus dem Hintergrund? Vesta Valtis Doma. Siehste, das war jetzt Ukrainisch und das war nicht die Sendung Mutter Maus, sondern das war Joachim Mirkes für Sie von RegioTV und NordwestTV. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017